Ja, wir müssen reden, wie es so schön heißt. Thema Plugins. Ich habe kürzlich auf dem Kanal eine Umfrage gemacht und da hat sich gezeigt, dass doch der Löwenanteil von euch Plugins nutzt und benutzt. Und ich würde das Video mal betiteln mit Fluch und Segen Plugin. Wieso ich das Ganze Stand jetzt so einschätze, dazu mehr in diesem Video. Ja, wie ihr wisst, ich nutze selber Plugins. Ich habe schon ein paar hier auf dem Kanal vorgestellt. Die sind einfach saumäßig praktisch. Der Focus Mode, das Tag Plugin, Tabs. Das sind so ein paar Klassiker, viele schöne Plugins. Einige davon habe ich noch gar nicht vorgestellt auf dem Kanal. Es gibt wirklich so im Bereich auch Projektmanagement wirklich schöne Sachen. Bei LogSig noch, also dieses ganze Plugin-Umfeld ist eigentlich wirklich eine schöne Sache. So viel zum Thema Segen. Also man kann seinen Workflow da noch ein bisschen individueller gestalten, auf seine eigenen Bedürfnisse zuschneidern eben. Dafür sind Plugins da, um den Funktionsumfang der Standardsoftware nochmal zu erweitern. Ja, aber wieso dann auch Fluch? Dazu kann ich nur sagen, Plugins werden nicht automatisch synchronisiert. Ziemlich nervig, wenn man mehrere Geräte in Verwendung hat. Dann gibt es Stand jetzt keine Plugins fürs Handy. Das hat auch viele Nachteile, das zeige ich dann gleich noch. Und dann kam Punkt 3 schon auf dem Kanal in den Kommentaren die völlig berechtigte Frage nach der Sicherheit von Plugins. Man holt sich ja da dann noch was zusätzlich zum normalen Programm mit ins Boot. Und wer garantiert mir eigentlich, dass es da mit rechten Dingen zugeht? Schauen wir uns die einzelnen Punkte mal der Reihe nach an. Dass Plugins nicht mit synchronisiert werden, klingt vielleicht banal, ist aber in der Praxis doch recht nervig. Also mein Hauptarbeitsumfeld ist vielleicht bei euch ähnlich, ist der PC, Desktop-PC. Da ist mein Programm drauf. Da arbeite ich am längsten, aber ich habe auch Logsig auf dem Laptop und ich habe es auch auf dem Handy. Wie ich das Ganze synchron halte, habe ich kürzlich erst dargestellt in dem Video mit der Synchronisation. Oder wie es Fachleute auch nennen, die Synchronisation. Ja, der Tippfehler sei mir bitte im Nachhinein noch verziehen. Wenn ihr das also so habt mit diesen vielen Geräten, lässt sich eigentlich beliebig erweitern. Ihr könnt auch 5 verschiedene Laptops oder 10 verschiedene PCs synchron halten. Dann, je mehr Geräte ihr habt, umso nerviger ist die Tatsache, dass wenn ihr euch ein Plug-In-Umfeld schafft, zum Beispiel an eurem PC, Focus-Mode, Tabs und so weiter, dann wird das nicht auf dem Laptop synchronisiert, stand jetzt. Da müsst ihr die Plug-Ins wieder so runterladen und installieren, wie ihr sie halt am PC auch habt oder wie ihr das da haben wollt. Ja, finde ich persönlich ziemlich nervig. Auf jeden Fall ein Minuspunkt stand jetzt beim Thema Plug-Ins. Punkt 2. Keine Plug-Ins auf dem Handy. Ja, das ist richtig nervig. Wieso? Dazu möchte ich euch mal zeigen, wie denn mein Zitatknopf auf dem Handy ausschaut auf meinem Blogsieg. Ja, der existiert nämlich überhaupt nicht. Ich zeige euch, ich spiele euch mal einen Clip ein. Handy-Bildschirm abgefilmt. Und ja, wie ihr seht, taucht der Quelltext, also der Code, erst auf, wenn ich reinklicke in die Zeile. Davor wird der gar nicht gerendert. Ja, warum wird der nicht gerendert? Weil ich das Smart-Blog-Plug-In auf dem Handy nicht installieren kann. Auf dem PC und auf dem Laptop habe ich es. Jetzt stellt sich die Frage, würde ich das heute nochmal so machen mit dem Wissen, das ich jetzt habe, wo ich es auf mehreren Geräten gleichzeitig verwende, diesen Zitatknopf so zu basteln, wie ich es in dem Video, ich verlinke es euch nochmal zum Thema Zitate, Zitatdatenbank, wie ich es da gemacht habe mit dem Zitatknopf. Würde ich das heute nochmal so machen? Wahrscheinlich eher nicht. Nachdem noch unklar ist, wann Plug-ins oder ob überhaupt jemals Plug-ins für die mobilen Geräte kommen, da sind unterschiedlichste Aussagen im Umlauf. Und ich sage mal so, wenn ich meinen Workflow wirklich so gestaltet habe, dass ich eben Handy, Laptop und PC im Einklang nutze, dann, und so mache ich es jetzt gerade, dann würde ich es heutzutage anders machen, dann würde ich auf die Sachen vertrauen, die mit dem normalen Lieferumfang von LOXIC mitgeliefert werden, dann würde ich eben so einen Smart-Blog-Stand jetzt mit dem jetzigen Wissen nicht mehr einbauen. Eventuell gehe ich sogar so weit, dass ich das in meinem jetzigen System nochmal umbastle, die Zitatdatenbank mir irgendwie anders gestalte, damit das eben auch Sinn macht. Derzeit kann ich am Handy, wenn ich ein Zitat irgendwo sehe, und so war das ja eigentlich auch gedacht mit der Synchronisation, dass ich mein Handy zöge, bam, 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 ich tippe das Zitat schnell ein und gut, ja, geht jetzt eben gerade aktuell nicht, der Zitatknopf am Handy funktioniert nicht. Den Weg, den ich jetzt momentan gehe, der ist einfach so, dass ich es halt ins Journal einfach reinposte, das Zitat, und dann in meiner nächsten Session am PC mache ich das Ganze dann schön. Ist für viele auch so üblich, dass sie es machen, diese Inbox, das System mit der Inbox ist bei dem zweiten Gehirn auch ganz gängig, das ist mir schon klar, dass man von unterwegs da gar nicht die Zeit und Mühe hat, das schön mit dem Zitatknopf einzugeben, sondern erstmal ins Journal und dann später rein, also so, die Möglichkeit gibt es auch. Man muss jetzt nicht komplett, nur weil die Plugins mobil nicht gehen, auf sie verzichten. Das soll jetzt für euch einfach mal so bloß Pro und Contra sein, damit ihr selber entscheiden könnt, ist es mir das wert, bastle ich da schöne Workflows mit Plugins, die dann an meinem Handy nicht gehen, muss jeder für sich selber entscheiden. Abschließend noch das Thema Sicherheit. Ja, LogSig selber ist ein Open Source Programm und eigentlich ist ja die Idee von Plugins charmant, dass jeder, der dazu in der Lage ist, sich selber noch Bausteine basteln kann als Ergänzung zum Programm, die eben den Funktionsumfang erweitern. Damit lassen sich dann Sachen machen, die das normale Programm nicht kann. Einiges davon haben wir schon vorgestellt. Aber was passiert denn eigentlich, wenn ich so ein Plugin installiere? Kann das dann sein, dass ich mir dann irgendwie vielleicht sogar Schadsoftware mit runterhole? Diese sehr gute Frage wurde schon als Kommentar unter einem anderen Video bei mir gestellt. Ich habe die damals beantwortet, indem ich mich selber ein bisschen auf die Suche gemacht habe. Ihr ladet die Plugins, so wie ich sie jetzt euch immer vorgestellt habe und das wäre auch meine Empfehlung, über den Marketplace runter. Wahrscheinlich gibt es auch die Möglichkeit, Plugins sich irgendwie so aus dem Internet runterzuladen und dann zu installieren. Aber der offizielle Weg ist über den Marketplace. Und da wird sichergestellt, dass wenn ein Plugin in dem Marketplace erscheint, dass der Code in Ordnung ist bei der erstmaligen Aufnahme des Plugins. Wenn dann allerdings Plugins ein Update erhalten, was ja regelmäßig passiert, jeder der Plugins installiert hat, der weiß das, dann wird das nicht mehr überprüft. So hat es dieser User, der Sony, das ist ein gängiger Name in der LogSix-Szene, hier erklärt. Also der hat selber auch schon viele Plugins erstellt. Dem Namen würde ich jetzt mal trauen. Weiter schreibt er, dass Plugins eigentlich in erster Linie Interpretationshilfen für das Programm sind. Lesenden Zugriff sozusagen haben. Also ein Plugin hat also nicht die Möglichkeit, irgendwelche Seiten von euch zu löschen. Die allermeisten Plugins zumindest. Also das ist so ein Brocken Information, den ich euch zum Thema Sicherheit bei Plugins hinschmeißen kann. Ich weiß, es ist nicht viel, aber das ist so ein generelles Problem bei LogSix momentan. Okay, ja, wir sind in der Version 0.9. irgendwas. Also wir sind noch nicht einmal bei Version 1. Daher ist das Ganze ja wie so eine Art Beta-Version eigentlich anzusehen. Allerdings, ein bisschen besser dürfte die Dokumentation da wirklich sein. Man muss sich da immer selber auf die Suche machen. Im Internet, LogSix Forum, Reddit, GitHub. Man muss sich da wirklich so brotkrummenmäßig die Informationen selber zusammensuchen auf so bestimmte Fragen. Und das ist irgendwie schon umständlich. Da erhoffe ich mir einfach auch noch ein besseres Handbuch mit Hintergrundinformationen zur Technik, zur Sicherheit vor allem auch. Privacy first ist ja hier ein großes Motto bei LogSix und von dem her erwarte ich mir da schon auch noch irgendwie zum Thema Datensicherheit ein bisschen mehr in Zukunft. An der Stelle, wer dem Englischen mächtig ist, es gibt eine schöne Seite, die LogSix Times. Die verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Da hat sich einer genau diesen Problem angenommen und veröffentlicht in regelmäßigen Abständen, was gibt es Neues aus dem Forum, was gibt es Neues von den Entwicklern und sammelt es an einer Stelle. Finde ich eine gute Quelle. Darüber hinaus versuche ich euch natürlich hier auf dem Kanal auf dem Laufenden zu halten, in deutscher Sprache. Auf Englisch gibt es ja einige andere Kanäle. Ja, soviel zum Thema Fluch und Segen Plugins. Das darf jetzt jeder für sich selber entscheiden, ob er Plugins nutzt und wenn ja, welche. Das war jetzt bloß so ein kleiner Rant, was mich noch ein bisschen stört momentan und was ich noch gern hätte. Plugins synchronisieren. Plugins auf dem Handy. Android und IOS. Das muss immer beides im Gleichschritt kommen. Und dann ein bisschen mehr Infos. Datensicherheit von Plugins oder generelle Sicherheit von Plugins. Wie wird die sichergestellt im Marketplace? Wird die überhaupt sichergestellt? Kann da jeder was hochladen? Das wären noch so Sachen. Und wenn jemand von euch darauf Antworten hat, dann natürlich gern unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Nach dem Video habt ihr wie üblich die Möglichkeit, Kommentare dazulassen, Fragen zu stellen, einen Daumen hoch für das Video, ein Abo, etwas in die Kaffeekasse oder euch einfach auf das nächste Video freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen.